Alter, du mit deinem blöden Ding! Ich will weg hier! Ich will das nicht mehr! Hier bleibst du stehen! Geh weg! Das ist gemein! Ich kann nicht zielen! Who's that Pokémon? It's No Way for you! Aber am Ende geht auch Spiel Nummer 5 an No Way und damit steigen seine Punkte auf 15. Das gibt's doch nicht! Ja, Matchpoint! Ihr habt euch gerade was Entspanntes gewünscht. Jetzt wird's das Gegenteil von Entspannt. Das nächste Spiel lautet Rounds. Kennt ihr das? Sagt euch das was? Nee. Dann erklär ich es euch. Rounds ist ungefähr genau hierfür gemacht. Ist ein 1 gegen 1 Plattform-Shooter, wo ihr immer eine Fähigkeit auswählen könnt, wenn ihr hinten liegt. Wir spielen Best of 3, also wieder First to Two. Wer zuerst zweimal das ganze Ding für sich entscheidet, gewinnt Rounds. Ihr habt gleich einen Charakter. Der hat eine Waffe und der hat einen Block und ihr kriegt jedes Mal, wenn ihr hinten liegt, kriegt ihr Fähigkeiten, die ihr wechseln könnt, die eure Waffe stärker machen oder die euren Block stärker machen. Ich hab den ersten Teil, ich war irgendwie noch so ein bisschen, mein Gehirn war noch ein bisschen Matsche. Was müssen wir machen? Das sind die Sachen, die du dir jetzt auswählen kannst. Du hast immer 5 Karten zur Auswahl, die entweder deinen Attack oder deinen Defend stärker machen oder eben deinen Charakter selber. Also geht's jetzt schon los? Nee, ist immer noch Proberunde. Wie gesagt, also das Punktesystem ist wie folgt. No way, du hast gerade die erste halbe Runde für dich geholt. Wie reload ich? Das ist automatisch dieser kleine Kringel, der sich da dreht. Und jetzt hat No way die ganze Runde für sich geholt. Also zwei halbe Runden sind eine ganze Runde. Wenn ihr fünf ganze Runden habt, schaut mal oben links, dann steht die 1 zu 0 vorne. Und nach jeder ganzen Runde kann der Verlierer sich eine Fähigkeit aussuchen. Okay, dann Rounds. Es geht um sechs Punkte. Ich weiß nicht, was gut ist. Diese Block-Runde gerade war völlig broken. Was hast du genommen? Erzähl dir mal kurz. Der Movement Speed, wenn ich auf sie zulaufe. Dann, gut Glück. Boah, mies gelegt, Alter. Ah, hörst du auf. Aua. Au. Okay. Boah, shit. Okay, ich glaube, wir müssen in die Aggressive gehen, ja. Was ist denn? Was ist dieses Grüne immer? Ich weiß nicht, was das ist. Kommst du da runter? Ich glaube, du ziehst die Mapé ab, oder? Zieh ich die Mapé ab? Aber das ist auch das Schöne an diesem Spiel. Wenn man hinten liegt, bekommt man immer eine neue Fähigkeit. Das heißt, Reef darf jetzt eine neue Fähigkeit auswählen, um sich selber stärker zu machen. Also, es geht in der Regel immer so aus, dass es noch knapper zum Ende wird. Ah, aber machen ihre Schüsse trotzdem noch Poison-Damage jetzt, oder? Keine Ahnung. Aua. Ha! Oh, doch nicht, haha. Ah. Nochmal zum Punktesystem. Das war eine richtige Klatsche. Oben links seht ihr die Punkte, Chats. Es steht 1 zu 0 in dieser Runde für No Way. Aber erst, wenn man 5 hat, ist einmal vorbei. Ein Spiel vorbei. Hey, wie kommst du da hoch? Oh, shit. Fast wieder dead. Ah! Du tust hier das Ding, was? Wait, das one-hitted mich! Ich probier mal fast forward aus, ja. Dein Schuss macht halt so viel Schaden, Hingel. Alter. Hat ihr selber auch, ne? Oh, nein! Oh Gott. Oh, scheiße. Oh mein Gott, ich bin tot, ne? Du Two-Shotest ihn halt immer. Nein, das ist ein Hit. Ein Hit killt mich. Wir haben immer mehr HP, wenn ich hier was machen möchte, glaube ich. Ja, so. Wow. Okay. Okay, 2-2-1 für Reefed. Bullets aim for visible targets, wenn Bouncing. Probier das mal aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ja. Oh, ups. Es ist extrem. Moment, du hast dich fast selber gekillt, oder? Das ist ja völlig broken. What? Das ist ja komplett broken. Oh mein Gott, what? Was war das jetzt? Sag ich dir doch... Nö, das war keine gute. Das war Bounce. Bullet Bounce hieß das. Mehr HP. Was? Ah! Das schießt doch auf mich selber, oder was? Geh mal von dem Highground runter, bitte. Boah. Wie hat das gewonnen? Reefed es wieder vorne? Keine Ahnung. Was hast du gewonnen? Mehr Schaden, ne? Genau. Ich bin... Ich hab mich schon selber gekillt, ne? Wow. Ich hab' komplett gehopst, ja. Ich hab' nur noch einen Schuss. Ein bisschen geintritt, glaube ich. Boah. Boah, was der Kack-Map. Boah. Ich muss das mal überleben hier. Oh nein. Boah, shit. Okay, ich muss ein bisschen lernen. Aua. Au. Fünf Runden, dann ist man 1-0 vorne und dann resetten wir und man baut den Charakter von vorne. Und wer als erstes 2-mal gewinnt, also Best of 3. Mhm. Mit Rechtsklick block ich. Genau. Eigentlich. Glaub, es blockt aber nur, wenn du da auch wirklich mit der Karte dir eine Blockfähigkeit raussuchst. Also da gibt's dann Fähigkeiten. Hab ich eigentlich gerade. Okay. Zika. So, No Way braucht noch eine Runde. Dann wäre er 1-0 vorne. Ja. Matchport. Oh, nicht die. Oh mein Gott, das ist die schlimmste Map. Ne, beim Jump'n'Run bin ich gef***t. Beim Jump'n'Run bin ich gef***t. Sobald ich hier jumpen muss. Ja, das funktioniert nicht. Also schießen geht er mit dem Ping. Ich komm gar nicht zurück mit dem Jump'n'Run. Das, das, die Maps sind mies. Wait. Ist ich tot? Wow. 4 zu 4. Ich bin tot. Oh, No Way. No Way möchte nicht gewinnen. Ähm. Kann dir helfen. Wer gewonnen? Keine Ahnung. Wer jetzt gewinnt, geht 1-0 in Führung. Ich bin tot. Da wird der Approach plötzlich viel vorsichtiger hier, Alter Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Nee, Mann. Ich gehe mal für die Suicide-Ruhne. Was hat sie denn genommen? Was macht das? Äh, stunt dich. Egal, das mit dem Jump'n'Run geht gar nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, schau mich mal an. Ich schieße mich selber ab und komme nicht hoch. Ich springe immer so ein ganz, ganz bisschen zu spät. Oh. Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch ohne Ping sehr schwer auf diesen Maps zu navigieren. Also man sieht, no way. Ja, ich glaube tatsächlich, also... Oh, wow. Wow, nice. Da ist es, meine Combo ist komplett Doppel-Bounce-Combo. Jetzt pass auf. Wenn ich einmal schieße, ist der für immer unterwegs, der Schuss. Das klappt nicht ganz, wie ich gedacht habe. Aua. Aha, doch. Ach so, an der Decke kriegt man auch schon, ne? An der Decke kriegt man Damage? Ja. An der Decke kriegst du auch schon, habe ich gerade gesehen, ne? Eigenschaften ist schon sehr wichtig hier. Ja, safe. Ich werde mich paralysiert, ich bin langsam. Oh, mein Gott, deine Schüsse, ne? Das ist so cool. Bei uns sind so krank. Für die Denkrunde, natürlich. Huge amount of HP. Nice. Also wird das alles ein bisschen strategischer bei uns, muss ich sagen. Ich muss auch gucken, dass ich deine Kugel nicht bekomme, da. Das ist ein Schuss, da. Das ist die Idee. Ja, das ist die Idee. Einfach spammen aus der Distanz und hoffen, dass die Bounsies sich killen. Alter. Das war ein guter Block, glaube ich sogar. Wie lange hat man Zeit auf den Garten? Nein, was ist denn? Das ist so unendlich, oder? Was ist denn so? Ich glaube, unendlich. Was war das? Äh, das ist, äh, wenn ich jetzt blocke, dann... Alter. Boah, das ist so heavy. Nee, boah. Nee, das ist krass, das ist krass. Je nach Map ist das schon sehr, sehr unfair, finde ich. Boah, nee, guck mal, ich... Aber jetzt, was habe ich... Obwohl, es kann auch dich treffen, theoretisch. Äh, ah, genau so. Boah, das war nicht, was ich machen wollte. Nein! Und Reef da mit 3-1 vorne in dieser Runde. Boah, scheiße. Okay, jetzt, glaube ich, habe ich eine gute Strategie. Jetzt habe ich eine gute Strategie. Ich bin so bad. Oh, mein Gott. Das war's nicht. Ja. Scheiße. Oh, oh. Paralisiert. Boah, ich brauche so lange zum Nachladen manchmal. Boah. Scheiße. Wow. Und damit haben wir das 1-1. Jetzt gehe ich für den Tank an, sonst... Ich nehme huge. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war so knapp. Yes. Der Tank kommt doch. Oh. Hm. Oh nein. Ah! Ich weiß nicht so nicht. Was hast du genommen, No Way? Immer gerne ansagen. Burst habe ich genommen, Burst. Ich habe nämlich eine Idee. Die Idee ist, ich werde tanky und ich habe eine Shotgun und dann laufe ich nah an dich ran und dann schieße ich ab. Boah, wie nervig. Oh, nicht geklappt gerade, ha? Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Tryhard-Game zwischen euch wird. Also das ist ja unfassbar. Sag mal, seid mal still hier. Wir müssen uns konzentrieren. Was ist das? Nein, das gibt es doch nicht. Das ist ja da. Nein, das ist ja gerade geblockt, ja, ne? Ja. Yes. Ich würde mir jetzt schön Zeit lassen, um dir da ein bisschen beim Hüpfen zu gucken. Oh, was? Ja, schade. Huge. Ist das doch nicht deine zweite Huge-Garde? Kann sein, ja. Können die anderen aber auch alle nicht so geil einfach. Ja, das steht auch oben rechts. Da steht zweimal HU. Oh, das geht so nicht. Leute, er lebt nicht. Nein. Nein. Er lebt nicht. Oh, Mann. Ich bin noch nicht immer so auf den Nahkampf. Ich habe extra eine Rune dafür, die in meinem Umkreis zieht dir die Leben ab. Ja, schrecklich. Ich finde das Klaas und Blöde. Nein, 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 nein. Was sagt? Nein. Was hast du genommen? Fast Forward, ne? Ich glaube, dass du vielleicht ein bisschen besser treffen, oder nicht? Alter, du mit deinem blöden Ding. Ich will weg hier. Ich will das nicht mehr. Bleibst du stehen? Geh weg. Das ist gemein. Ich kann nicht zielen. Weg, 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 weg. Es ist so asozial. Es ist so asozial. Haha. Hau ab. Hau ab. Junge, auf. Das kann ich dir so anscheinend nicht rumbringen. Das heißt, ich muss tatsächlich einmal treffen bei meiner Strategie. Das klang jetzt nicht gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir nämlich beide den Spaß hier. Dann kannst du es jetzt blocken. Oh, nicht die Karte. Die haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Boah. 3 zu 3. Wer hier noch 2 holt, holt das ganze Game. Wenn NoWay das Game holt, ist vorbei für heute. Wenn Reef das Spiel für sich entscheidet, da hat sie wahrscheinlich das ganze Comeback. Es steht 1-1 insgesamt, ja. Ich slow dich jetzt auch noch. Jetzt habe ich slow und lifesteal jetzt gesappt. Boah. Wow. Boah. Boah, shit. Ja, das macht so wenig Damage. Eine Runde brauchst du noch, Freddy. Come on, ey. Oh nein. Wie bist du hier wieder rausgekommen? Wow. Ey, wer jetzt gewinnt, also zwei kleine, zwei halbe Runden für sich entscheidet, gewinnt das Game. Ich kann silencen jetzt. Was bringt Silencen? Junge. No Chance. Ich komme ja auch nicht mehr weg. Ja, die Web ist super gut für mein Build, ey. Ok. Aber's drauf sehen. Sollieren. Ja. Oh. Oh, voll. Oh. 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 Nein, Mann! Der gewinnt das Spiel. Boah, wenn du mich einmal so in dieser Scheiße da hast. Ja, wenn ich einmal an dich rankomme, ist gut. Boah, ja, dann ist es vorbei. Ja, keine Chance mehr dann. Ja, it's over. Oh, No Way gewinnt das Spiel hier richtig knapp, aber letztendlich alle Games unfassbar knapp gewesen. Aber No Way für dich bedeutet das vor allem, du gewinnst den ganzen Abend. Du gewinnst das Creator-Duell. Du bist für 200 Piegen, da hättest du das letzte eigentlich verdient gehabt. Also ich habe da nicht einen Schuss auf dich getroffen. Nee, das war fun, aber das hat Spaß gemacht. Ganz ehrlich, die Spiele waren auch so knapp. Also das hätte ja auch anders ausgehen können. Ja, jetzt muss ich eine Stunde lang League spielen, ne? Also das wird was. Ja, dann werden sich deine Zuschauer auch freuen, ne? Mega! Also ich glaube, die haben da richtig Bock drauf. Ja, Mann, das wird mega. So. Ansonsten, vielen lieben Dank an euch. Es war mir ein Fest. Danke für die Einladung. Viel Spaß, wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut. Vielen lieben Dank. Hat sehr Spaß gemacht. Macht's gut, Leute. Macht's gut.